hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal hier auf youtube und wir schauen uns heute die nächste demo an ich bin gerade in der demophase und wir schauen uns heute harold halibut an harold halibut wie auch immer vielleicht ist es ja auch ein deutscher charakter ja und ich sag mal so die demo hat über 40 gb größe ich weiß nicht was wir hier erwarten sollen ich klicke einfach mal auf neues spiel und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum winkt mir eine Pappe zu? Ach nee, das ist der Sekretär. Das ist ja cool. Ich war nie in einem Tagdrehen, nur die andere Sachen war schrecklich. Harald, ich bin nicht sicher, welches ist schlimmer. Die Idee von dir leben mit deinem Kopf in den Wolken, oder nie zu sein, dass es nicht überleben wird. Nur die Menschen schrecklich sind. Entschuldigung, Professor. Okay. Oh, das sieht auch so cool aus. Out of order. Okay, das ist quasi kein Demo-Inhalt. Wo sollten wir jetzt hin? Da hin? Hier sind wir hergekommen, oder? Ja. Warte. Ich habe nicht aufgepasst. Ich gucke mir hier alles Mögliche an und höre nicht zu. Oh. 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 von deinem overall lang-term tube-traveling experience. So will we get discounts on the other lines as a result of the inconvenience? Ah, as of yet, there is no discount scheme in place, as we calculated the possible inconvenience to be negligible. Wouldn't need a discount if the prices weren't so high in the first place. I can't comment on the pricing strategy, I'm afraid, sir. I'm just a travel secretary. So what can you comment on? I am authorized to comment on the nature of the tube closure, which is that all water have had to close the line temporarily for improvement works. Yes, you said that. Have these improvements been carried out before? I cannot say if the exact same optimizations have been made to another line. So what can you comment on? I can confirm that there is no discount scheme in place, and that we believe the fares to be fair. So who calculates the fair, fair price? I can't comment on the price. It's ever überall der gleiche Sekretär. What's here? Telefon? Can I talk to your manager? Certainly, sir. If you just like to go. Ich weiß nicht so richtig, ob ich auch schneller laufen kann. Aber was ich cool finde ist, dass hier die die Stationen alle auf Deutsch dastehen? Wo sollen wir hin? Ich weiß es wieder nicht. Ähm... Ah, ich bin lustig. Ich bin lustig. Was ist ein Butterfly? Das wird so selbe. Ein Butterfly ist ein Insekter aus der Erde. Sie hatten wunderschöne Wände auf ihren Händen und tranked Pollen. Ich glaube, dass du sagen kannst, dass sie oft in den Momenten geschehen wurden, äh, in den Momenten in der Welt. Auf der anderen Seite, sie waren sehr ineffizient, flüchtig, overly trusting und delicate. Ergö, du hast niemals Verantwortung genommen, und ich weiß nie, wo du dich am nächsten Mal finden. Ich weiß, dass ich ein wenigstenschehen bin, aber... All Water rief die Tübe fairs wieder, und sie niemals erinnern sie richtig. Diese Zeit, es war wirklich ein ehrliches Fehler. Plus, es war diese Frau, die... Quiet, Harald. Wir haben keine Zeit für deine Flüge von Fancy. Es ist ein wichtiges Arbeit afoot. Oh, ja. Hast du noch die Blockade in der Filterstation verstanden? Und hast du auch die Flüge von Fancy verstanden? Ah, ja. Die beiden. Ich bin auf der Fall. Bye, Professor. Aren't du etwas vergessen? Oh, äh... Ich bin sicher, dass das alle meine Arten für den Tag sind. Du hast, dass du dein PDA-Tisch verletzt hast. Es ist wirklich ein Wunder, dass du etwas gemacht hast hier gemacht hast. Ah, danke, Professor. Es hat eine eigene Leben. Strangendlich, ich habe das, dass du nicht in deinem Liedsatz zu erinnern hast. Das ist auch cool gemacht. Die Erklärung, welche Taste ich drücken muss, um PDA zu öffnen. Nämlich die obere Taste der vier. Und das ist nun mal Y. Oh, wie cool. Ich bin ganz zu Add-ons, aber darf ich nicht. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hopp to it. And I'll see you at the Agora Arcades when you're done. Musst ja kurz wieder rausgehen. Ich konnte nichts anderes drücken. Ich werde Cyrus fragen, warum er Cyrus ist. Ich bin wirklich fasziniert. Ich mag die Grafik. Ich mag den Stil. Ich mag die Art und Weise, wie geredet wird. Ich... Krass. Dass ich von diesem Spiel noch nie zuvor irgendwas gehört habe. Okay. Was steht dort? Komm, Kumpel? Komm, Kumpel. Hihihi. Okay. Okay. Wir sind so Cyrus. Aber wo ist Cyrus? Was ist Add-ons? Okay. Okay. Was ist das? Nachrichten war nix. Okay. Wo ist Cyrus? Kriegen wir das jetzt auch? Es gibt keine Karte. Irgendwo gezeigt? Gesagt? Ach, hier wohnen wir. Kann ja auch nix machen. Läuft der Treppen? Ähm... Nein. Gut. Wir müssen... Cyrus finden. Hat sie gesagt, wo Cyrus ist? Ich hab nicht aufgepasst. Ich... Ich guck mir hier einfach nur... ...dieses Spiel an. Und jetzt bin eine Bemerkungen zu Vlow. Ja, Herrl. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. What is Sansou's Ashk? Yes, Sansou's Ashk. Eternal love. Best and only Turkish novella we have on board. I thought season 18 was bad, but with all the drama around Emery's cousin and whatnot. It's worth powering through to season 36, though. That's where the plot really thickens. I'll try to check it out sometime. What brings you to the lounge, anyway? Will you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can't believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are happy, and I don't mind the time off. But if it goes on much longer, they'll forget everything. Won't they do their homework? Maybe. The whole social district is off limits right now, so at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kinda cozy here, though, you know? I suppose it is. Anyway, don't mind me, Harold. Bye, Chris. See you later, Harold. I'll be here if you want some company. Okay. Drink Swoop Water. Hm? Is Cyrus on it? Nooo. Why am I doing this here? Okay. You can't do anything. First, let's go just down. Und ciao. Oh. S boostátik. Sy, Sy... That sounds very interesting But...what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh! Yes! Sorry. Pratt, didn't I restocked the other night? Must have just thought about it I'll after formulate some more You...makes the fish food yourself? I do indeed I'm working on a new recipe at the moment, in fact But, I mean... Can fish even taste? It's not just about taste, It's about nutrition We want our gills to function optimally, don't we? And our pigments to Es ist so schön wie möglich, ein bisschen wie flowers. Sigh, Sigh. Eine neue Fisch-Food wäre großartig. Ich bin sicher, dass sie es lieben. Ich werde es richtig auf. Ich versuche. Ich denke, ich habe einen Testbatch. Ja, hier. Ein kleiner Taster, um sie zu gehen. Du solltest einen probieren, auch. Danke. Ich werde dir wissen, was sie denken. Oh. Oh, did you see that? Was that fish real? I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Ah, yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes. On all those little flyers, handwritten too. What did that fish message mean, do you think? Hmm. I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something. Maybe they think the ocean is a conspiracy too? Oh, okay. Okay, was ist das mit dem Spiel? Äh, Notizbuch. Gucken wir uns morgen an. Ich würde nämlich die Folge für heute hier beenden. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Harold Halibut. Ich verstehe dieses Spiel einfach noch nicht, aber ich bin fasziniert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, was bin ich hier spielend? Ich weiß es nicht. Aber es ist cool. Äh, ja. Wir sehen uns morgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss.